Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Ich möchte einmal voranstellen, dass ich fordere, dass der Herr Kollege Weber, der sich jetzt gerade vom Acker macht, einen Ordnungsruf bekommt für den Ausdruck in Geiselhaft nehmen. In Geiselhaft nehmen ist eine gerichtlich strafbare Handlung. Hier in diesem Hohen Haus sind schon wegen wesentlich geringerer Ausdrücke Ordnungsrufe verteilt worden. Hier kann man nicht einfach so lässig drübergehen und sagen, na ja, das hat er vielleicht nicht so gemeint oder das ist im politischen Zusammenhang zu sehen. Zum Zweiten frage ich mich ja, was macht eigentlich der Innenminister hier? Warum muss der da herkommen? Er war ja dort vor Ort, hat persönlich den Einsatzbefehl gegeben, hat sich vielleicht verkleidet und ist nicht erkannt worden? Oder liegt es vielleicht daran, dass der Innenminister ja Ihr Lieblingsminister ist? Sie und der Innenminister sind doch seit Langem ziemlich beste Freunde. Tatsache ist, dass hier der Wiener Polizeichef zuständig ist, der das gemeinsam gemacht hat mit dem Polizeihauptmann von Favoriten. So, das sind die, die die Einsatzbefehle gegeben hat. Und der Bürstl hat nicht mehr meinen Minister angerufen und hat gesagt, darf ich das machen und kann dieser Einsatzbefehl erfolgen, ja? Und jetzt zu dieser Geschichte der Fans. Die dürften ja schon alle, das sind ja immer dieselben, die ja mittlerweile schon amtsbekannt sind. Man kennt sie ja, machen das ja nicht zum ersten Mal. Weil es gibt natürlich, der Marsch war von Hütteldorf nach Favoriten geplant, der war auch mittels eines Plakats ausgehängt. Und woran man merkt, dass die EU amtsbekannt war, war, dass es natürlich eine Sicherheitsbesprechung gegeben hat. Sehr geehrte Damen und Herren von der SPÖ, wenn es da nicht schon immer gewaltbereite Fans gibt, gibt es keine Sicherheitsbesprechung. So hat es eine Sicherheitsbesprechung zwischen den Verantwortlichen von Rapid oder mit den Verantwortlichen von Rapid gegeben, wo die Marschroute festgesetzt worden ist. Und der Verein bzw. die Verantwortlichen des Vereins Rapid wurden gebeten, mäßigend auf die Fans einzuwirken. Rapid hat versprochen, es werden 30 Ordner vor Ort sein. So, um 12.30 Uhr hat der Marsch begonnen. Vier Stunden lang nicht ein einziger Ordner von denen zu sehen. Und dann ein paar, das sagt der Einsatzbild, das ist alles dokumentiert, wer sagt das. Nur wer ihr immer irgendwas behauptet, so braucht ihr das nicht jedem anderen auch zu unterstellen. Das ist dokumentiert, das ist minutiös dokumentiert, dass da eben keiner war. Sie aber, die Sie sich, wo sich offensichtlich Ihr Klubvorsitzender jetzt in der letzten Sitzung noch ein Denkmal setzen will und dann mit so einer Anfrage, die er herkommt, weil die Tränen sind ja jetzt getrocknet und die Taschentücher können Sie auch einstecken. Sie nehmen billigend in Kauf. Billigend in Kauf. Und das ist ein Lippenbekenntnis gewesen, was da heute gekommen ist. Na, Gewalt hat dem Fußball nichts verloren. Und da waren es ja eh nur ein paar Schneebellen, vielleicht nur eine Getränkedose und ansonsten bengalische Feuer, ja. Sie nehmen billigend in Kauf, dass es auf der A23 Unfälle gegeben hätte mit Verletzten, mit Schwerverletzten, im schlimmsten Fall auch mit einem Toten. Ja, ihr nehmt das billigend in Kauf, indem ihr diesen Polizeieinsatz so kritisiert. 89 Prozent der Krone-Zeitung-Leser, die gefragt worden haben, haben gesagt, dieser Polizeieinsatz ist völlig verhältnismäßig gewesen. Und ich bin kein Spezialist, was Polizeieinsätze anbelangt. Aber wenn ich wo kein Spezialist bin, erkundige ich mich. Und ich habe mich, und der Kollege Schaap mit und müsste es eigentlich besser wissen. Ich habe mich erkundigt, wie man das macht, wenn man weiß, dass da 12, 13, 14, 15 Rabauken drinnen sind, die nichts anderes vorhaben, als Krawall zu machen. Wie kriegt man die raus? Kann man die jetzt einfach da irgendwo absondern oder geht das nicht? Alle Polizisten, die das schon erlebt haben, sagen übereinstimmend, das geht nicht. Weil dann eskaliert die Situation erst wirklich. Das heißt, die Polizei hat hier mäßigend eingewirkt, hat verhältnismäßig gehandelt und hat geschaut, dass es da eben nicht zu einer Eskalation der Situation kommt. Und das wollen Sie heute mittels einer dringlichen Anfrage beantwortet haben. Bitteschön, das können Sie ja haben. Das können Sie sich sagen lassen, dass hier die Polizei alles getan hat, damit die Situation eben nicht eskaliert. Und wie es ja schon ausgeführt worden ist. Und wir reden ja da nicht, dass da ein paar Knallfrösche geworfen worden sind, sondern wir reden davon, dass da wirklich schöne, tolle Gegenstände, unter anderem eine polnische Rauchbombe, warum das gerade der polnische war, weiß ich nicht. Mit der Kollegin Dijic hat das nichts zu tun, bevor sie wieder die Ausländerkarte zieht. Aber das fällt unter das Sprengstoffgesetz. Das ist ja schon fast Kriegsmaterial. Und das ist alles so, wird von Ihnen so dargestellt, als ob es ein Knallfrosch gewesen wäre. Und es waren nicht die einzigen. Diverse bengalische Feuer. Also wirklich ein Sammelsurium an Sachen, die, wenn Sie zum Beispiel, wären Sie ins Stadion gekommen, dort explodieren, es zu, wie es der Herr Innenminister ja schon geschildert hat, zu schwersten Verletzungen führen können. Das ist aber für Sie immer alles nichts, weil Sie ja immer eine kleine gewaltbereite Truppe bereit sind zu schützen. Das sind immer die Armen und die Demokratie ist gefährdet und die Polizei. Da sagen man dann zwar schon, na woher tut, aber die Polizei ist immer die, die bei Ihnen im Fokus steht. Und eigentlich mögen Sie die Polizei nicht, aber das trauen Sie sich natürlich öffentlich nicht zu sagen. Applaus Also, so wie Sie agieren, kann man das gar nicht anders, kann man das gar nicht anders interpretieren. Ja? Warum eigentlich nicht? Ihr macht es ja auch laufend. Ihr macht es laufend. Und seit heute in der Früh hören wir von Ihnen nur Unterstellungen, Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Aber wenn es Sie einmal betrifft, sind Sie plötzlich einmal so Mimöschen. Also, ich sage Ihnen schon mal, sehr geehrte Kollegen, wer ausdeilen kann, muss auch einstecken können. Das war jedenfalls eine ganz gefährliche Situation. Und selbstverständlich hätte jeder, der nicht dabei sein wollte, gehen können, wie wir schon gehört haben. Er hätte nur den Ausweis herzeigen müssen. Und wenn sich dann ein paar so Gewalthanseln, feige, sage ich jetzt, hinter Schwangeren, Müttern etc. verstecken und die dann auch noch aufhusten, möglichst sich nicht ausweisen zu müssen. Und die lassen das zu. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dann ist den Leuten nicht zu helfen. Wenn ich in so einer Situation nicht sein möchte. Und die Polizei sagt mir zum wiederholten Mal, sie müssen sich nur ausweisen, weil wir müssen jetzt die Identitäten feststellen. Dann können sie jederzeit gehen. Dann mache ich das. Ich werde einen bestimmten Grund haben, warum ich dort bleibe. Das kann natürlich Angst sein. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man da so mitten in diesem Pulk drinnen ist, von eingekesselt und geiselhaft, kann keine Rede sein. Das weise ich zurück. Aber wenn man da mitten sich drinnen befindet, kann es schon sein, dass man da irgendwie, als Frau vielleicht noch mehr als als Mann, ängstlich wird. Und sie dann überlegt, was tut man jetzt. Aber wenn man es schon oft genug gehört hat und mir das jetzt erreicht, die Situation, dann gebe ich meinen Ausweis her und ich bin draußen. Ja. Also brauchen jetzt nicht die Tränen bei Ihnen zu fließen. Und wie sind die nicht alle arm? Und wie arg ist nicht die Polizei? Sondern genau umgekehrt. Da haben sich viele instrumentalisieren auch lassen. Das sind aber alles erwachsene Menschen und die Mütter sind für ihre Kinder verantwortlich. Und wenn eine Mutter mit einem Kind da drinnen steht und nicht den Ausweis herzeigt und nicht sagt, ich schaue, dass ich schnellst möglich mit meinem Kind rauskomme, dann sage ich Ihnen auch als Mutter, gehörte die eigentlich angezeigt, weil sie nicht zum Wohle ihres Kindes handelt, wozu sie verpflichtet ist. Und so gesehen sage ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, mit der die Dringliche, die können Sie sich einrahmen und aufhängen. Ruhm werden Sie damit keinen ernten. Das war wirklich eher zum Schämen. Monika Mühlwert von der FPÖ Wien. Die Polizei hat verhältnismäßig gehandelt und mäßigend eingegriffen, betont sie. Und der Innenminister ist wieder am Wort.